So, dann hauen wir hier eine Lampe hin, also eine Fackel. Da fackeln wir nicht lange. Ich weiß, ich wiederhole meine Witze. Okay, also hier noch eine Fackel hin. Okay, dann sind wir hier auch durch. Zack, zack, zack. Die nehmen wir wieder mit, die brauchen wir nicht mehr. Und dann kommt hier ein Verschluss drüber. So, also, bevor wir jetzt wieder ewig rumzinnobern, mache ich hier den Durchbruch. Genau. Und hier genauso. Und wir wollen natürlich mindestens eine Dreierhöhe haben. Gut, und dann komme ich hier rüber. Darüber, darüber, darüber. Wobei wir hier sogar sagen können, Also, da können wir ja theoretisch hier schon durch. Da bin ich noch am Überleg herkommen. Ähm, wir waren an der Wand, also machen wir es an der Wand. So. Genau. Und dann ist da die Frage. Okay, den müssten wir eigentlich noch zu pflastern. Äh. Ich komme gerade ein bisschen mit den Nummern durcheinander. Gut. Können wir da lang? Können wir da rüber? Eigentlich können wir hier schon hoch. Genau. Ich muss ja gar nicht nach da hinten. Wenn das Einzige, was wir hier halt machen können, ist wirklich das Gezuppel hier weg tun. Und eigentlich, eigentlich, kann ich hier schon sagen, sap, dicht da, dicht da. Obwohl. Also, wir können, es sind gerade, ach komm, wir machen das ganze Gezuppel hier weg. Dann irritiert es auch nicht. So. Dann kommen wir hier runter. Ich würde halt ganz gern hier ein bisschen mehr Freiheit haben. Ich finde es so bedrängend. Ansonsten. So. Okay. So. Kommen wir von da runter. Dann würde ich hier sagen, eins, zwei, drei. Der kann dann auch weg. Lass mich lügen. Machen wir hier eine Fackel hin. So. Ja, eigentlich bin ich gerade am überlegen. Ich kann ja bis hier her hin. Abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich schon wieder Kohle haben. Super. So, aber man kann ja bis hier her hin. Da kann man hier wieder zu pflastern. Zack, zack, zack. Ähm. Und der muss ja hier rein, wenn wir die Stufen hier im Eck versenken wollen. Genau. Zack. Und dann können wir jetzt hier mit den Stufen hoch. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann haben wir den gesamten, den gesamten Lauf, den wir haben wollten, erledigt. Gab es hier oben was? Ja, hier war einfach nur okay. Und das können wir jetzt machen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und wie viel brauchen wir noch? Sechs. Und dann haben wir es. So. Das heißt, ich schnappe dich und sag hier. Äh, äh, äh. Äh, 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 weh, 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 so. So war das. Und du kannst da rauf. So war das. Zack. Also eigentlich brauche ich ja nur drei. Aber nichtsdestotrotz können wir ja hier unten jetzt da einen hinsetzen. Boah, das passt schon. Und dann können wir hier noch einen hinsetzen. Und dann kann man ja... Äh, da nicht. Passt nicht. So, so passt das. So möchte ich den hinsetzen. Dann möchte ich hier eine Fackel oben drauf haben. Und hier möchte ich eine Fackel oben drauf haben. Und da drüben würde ich das eigentlich auch gerne machen wollen. Zumindest an denen, an denen es ohne weiteres geht. So, und da geht er mit sieben. Kann ich hier noch einen hinsetzen. Kann ich da noch einen hinsetzen. Und den müsste ich dann ja auch da hinsetzen. Also, dass ich zumindest, ähm, Treppen, die lose sind. Oh, da brauche ich ja eh noch Treppen bis zum Abwinken. Äh, Treppen, die lose sind, einfach abgegrenzt habe. So, und so. Es ist nicht richtig. Weil hier fehlt jetzt einer. Ah, nein, 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 nein. Das ist sogar sehr richtig. Weil hier ist ja auch eine lose Stufe. Genau, das ist sogar super richtig. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch machen müssen, ist hier oben eine Fackel draufstellen. Und hier, ne, hier oben auch. Der kann weg. Genau, und die sind ja, die sind ja lose. Das ist ja in Ordnung. Gut. Ist ja unglaublich, was wir jetzt da gerade gewuppt haben, hey. Ist ja echt unglaublich. Okay, wir flitschen da runter. Und dann würde ich mal so ein paar Treppen reinhauen. Steine haben wir ja jetzt erstmal genug. Also, zack, 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 zack. Vielleicht reicht das ja schon. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei. 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 Na komm. Eins, zwei, drei. 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 Dann sind wir schon hier oben. Zwölf habe ich noch. Okay. Und wenn ich die zwölf noch habe, dann kann ich ja aus denen... So. 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 Okay. Äh, dann sollte ich vielleicht mal hier hoch. Und dann würde ich bei sieben sagen, du kommst hin, du kommst hin, du kommst hin. Okay. Dann käme da einer hin, käme da einer hin, käme da einer hin. Und da sind wir schon fertig. Super. Haben wir noch sechs. Okay. Und da ist jetzt mein Feld. Inklusive Kistenparadies und allem. Dann können wir da langlaufen und da langlaufen. Da rüber und da runterlaufen. Schön, wie es da dunkel ist. Und dann können wir Zeug mitnehmen. Also Zeug, das ich halt will eigentlich. So Schotter vielleicht. Okay. Mein Inventar ist schon wieder voll. Gut. Dann laufen wir mal ein bisschen zurück und bringen einfach... Tschüss. Ach, da oben geht es ja auch noch weiter. Deswegen ist es also dunkel. Da hinten geht es ja auch noch weiter. Also in der Höhle haben wir auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten, um Dinge zu entdecken. Dass wir hier jetzt halt so ums Eck laufen müssen, ist ein bisschen doof, aber ich meine, das ist halt so. So, die wollte ich eigentlich auch noch weg machen. Da hinten gibt es auch noch eine dunkle Ecke. Oder auch nicht. So, und hier würde es nach oben gehen. Das machen wir jetzt aber regulär einfach. Wir müssen ja nicht unnötig Sachen in Kisten zwischenlagern. Es ist halt eventuell, wenn man schnell was wegbringen will. Okay. Evil Chicken. Brauche ich nicht. So, wie gesagt, dann kann man halt quasi das Zeug aus der Mine hochräumen. Und dann halt wirklich sagen, okay, das ist halt das, was ich nicht brauche, was oben ist und so weiter. Flinz brauche ich gerade eigentlich auch nicht. Ofen hätte ich mitnehmen sollen. Dann hätte ich nämlich schon wieder mein Erz schmelzen können. So. Und wie gesagt, also das Dieses Gezuppel da, das würde ich ganz gerne weiter treiben. Dieses Gezuppel hier. Ich meine, wir brauchen eine ähne Kiste, um quasi Tschüss. Wir brauchen ja ähne Kiste, um dieses ganze Gedönselos zu werden. So, auf jeden Fall ist es jetzt viel angenehmer, muss ich sagen. Man verläuft sich nicht mehr so massiv in dieser Höhle. Ich meine, man kann sich immer noch verlaufen, aber man sieht zumindest, okay, hier geht es irgendwo hin. Und ich meine, wir wissen ja, da hinten, da geht es noch ewig weiter. Also wir können jetzt echt endlos Zeit in dieser Höhle verbringen. Und zwar wirklich endlos. Okay. Also die, 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 die. Die, 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 die. So, aber wenn wir schon mal hier sind. Ach komm, pfeif drauf. Wir haben genug. Was ist mit dir? Dich können wir eigentlich auch mitnehmen. Dich wollte ich noch leer räumen. Okay, das geht gerade nicht. Vielleicht mal mir noch ein paar Fackeln. Dann kann ich die nämlich da oben drauf packen. Und Was bringt mir das? Ah, warte mal. Kann ich zumindest den Inhalt dieser Kiste mitnehmen. Und die Kiste. Dankeschön. Genau. Äh, die einzige Frage, die sich mir gerade stellt, ist, will ich die Kiste überhaupt mitnehmen? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube eigentlich, die will ich noch hier lassen. Ähm, und den Ofen will ich, glaube ich, eigentlich auch hier lassen. Also eigentlich, eigentlich nö. So, und der Ofen. Eigentlich auch. Genau. Ich will hier ja noch ein bisschen rumverwirken. Und wenn ich da oben einen Ofen brauche, dann kann ich das, dann kann ich mir da ja noch einbauen. Da oben habe ich ja jetzt genug Steine. So. So. Das heißt, wenn ich von hier komme, RIP, ah, okay, da geht's lang. Vielleicht den noch ein bisschen weg und so. Den noch ein bisschen weg und so. Und den noch ein bisschen weg und so. RIP, okay, da geht's lang. Darüber, darunter. Darum. Hier rüber. Und wie gesagt, da hinten. Klar geht's da immer gezuppelt, was man weiter erforschen kann. Alles kein Ding. Und hier wird man dann auch weiter in den Berg graben. Also hier schön runter. Aber jetzt für den Anfang erstmal. Die können wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Und dann kommen wir einfach wieder hier hoch. Und dann kommen wir einfach wieder hier nach oben und schmeißen da unser Gezuppel in die Kiste. So, 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 so. Ähm. Sonst auch irgendein Gezuppel. Eigentlich nicht, ne? Also, den können wir auch noch wegpacken. Schaufel haben wir noch. Können uns überlegen, ob wir uns hier ein Bett hinbauen. Aber ich wüsste nicht warum. So, 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 so.